Ja, hallo, Wolfgang hier. Diesmal mit einem Tipp zur Software Zoom. Die kennst du sicher, mit der kann man Meetings veranstalten, Webinare und so weiter. Folgender Anwendungsfall. Du hast vielleicht ein Meeting, das du in regelmäßigen Abständen wiederholen möchtest für eine geschlossene Benutzergruppe. Das könnte in deiner Firma sein, ein Team-Meeting. Das könnte aber auch vielleicht ein Coaching-Programm sein, wo Teilnehmer regelmäßig von dir gecoacht werden, was auch immer. Und dieses Meeting möchtest du zwar regelmäßig machen, aber nicht immer zu einem bestimmten Tag und auch nicht immer zu einer bestimmten Uhrzeit. Also Tag und Uhrzeit, Wochentag und Uhrzeit variieren. Aber du möchtest den Teilnehmern einfach einen Link präsentieren. Das ist immer der gleiche Link. Du kommunizierst dann Uhrzeit und Tag. Die Leute klicken den Link an, können sich den dann auch bookmarken, abspeichern, was auch immer. Das Ganze macht es natürlich sehr viel einfacher und du musst nicht jedes Mal für jedes dieser Meetings das neu planen und so weiter. Und das Ganze geht auch mit Zoom und zwar nicht mit dieser persönlichen Meeting-ID. Die könntest du theoretisch auch nehmen. Dann ändert sich auch der Link zum Zoom-Raum nicht. Aber du möchtest ja vielleicht auch verschiedene solche Meetings durchführen für verschiedene Bereiche, verschiedene Teilnehmer, was auch immer. Und das geht tatsächlich relativ einfach, wenn man es mal weiß. Also ich wusste das auch lange nicht. Und das zeige ich dir jetzt mal hier auf meinem Bildschirm. Du musst dich also in deinem Zoom-Account einloggen auf zoom.us. Meldest dich da an, landest dann hier auf deiner Profilseite und gehst dann hier in den Bereich Meetings. Und hier kannst du ja ein Meeting planen. Gehst du da rein, kannst dann hier deinem Meeting einen Titel geben. Ich sage jetzt einfach mal regelmäßiges Meeting, was auch immer. Und jetzt sagst du hier wiederkehrendes Meeting, aber stellst hier auf keine bestimmte Zeit um. Dann siehst du hier oben verschwindet auch Datum und so weiter. Dann kannst du dir noch überlegen, möchtest du hier das mit einem Kenncode noch absichern? Dann wird der Link ein bisschen länger. Du kannst es aber auch weglassen, kannst dann hier alle üblichen Einstellungen treffen, Warteraum oder was auch immer. Ja, wichtig ist halt hier Meeting-ID automatisch erzeugen. Das solltest du auf jeden Fall aktivieren. Und hier unten kannst du das übliche einstellen, was man halt bei solchen Meetings immer einstellen kann. Aber ich lasse das jetzt mal alles auf Standard hier. Wichtig ist vielleicht auch, das hier nicht zu aktivieren, außer du hast so einen Anwendungsfall. Ja, und jetzt gehst du auf Speichern und siehst jetzt hier diese Meeting-ID. Und die ist jetzt immer gleich. Dieses Meeting kannst du jetzt jederzeit starten. Du hast halt vorher bei deinen Teilnehmern diesen Link, beziehungsweise den Link publizieren und natürlich Datum und Uhrzeit festlegen. Und dann startest du das Meeting einfach und der Link ändert sich jetzt nicht mehr. Das heißt, das kannst du morgen starten, nächste Woche, nächstes Jahr, wie auch immer. Der Link ist immer der gleiche. Ja, das als kleiner Tipp. Ich selber nutze das zum Beispiel für die Live-Coachings in der TYPO3-Masterclass. Inzwischen, am Anfang habe ich das nicht gemacht. Da habe ich auch jedes Mal für jedes dieser Live-Coachings eine andere ID gehabt, einen anderen Link. Aber ich finde das halt sehr unpraktisch, weil es ist ja eigentlich immer das Gleiche. Es sind auch die gleichen Teilnehmer, beziehungsweise der gleiche Teilnehmerkreis. Und da finde ich das einfach sehr praktisch. Die Leute können sich dann auch abspeichern, den Link. Und das macht das Ganze halt sehr viel einfacher. Ja, damit wären wir am Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gern einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Du kennst die üblichen Sprüche und dann sehen wir uns irgendwann in der Zukunft. Mach's gut, bis dann.